Wie kann man in Startups und KMUs ab 100 Euro investieren? Hallo, mein Name ist Daniel Heuerk. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von KONDA, der Crowd-Investing-Plattform für Österreich. Bei uns kann man in Startups und KMUs ab 100 Euro investieren. In meinem Vortrag erzähle ich euch, wie das ist, wenn man innerhalb von sechs Monaten ein Unternehmen aus dem Nichts stampft und von null auf sechs Mitarbeiter wächst. Wie es ist, wenn man Investoren und große Partner hat, die Erwartungen in einen als Unternehmen setzen. Wie es ist, wenn man als Plattform im Internet für jeden ganz öffentlich und transparent nachvollziehbar sieht, ob wir Erfolg haben oder nicht. Und welche Hürden und Stolpersteine es einfach bei der Gründung von einem Unternehmen und Startup gibt.